Boom.fm präsentiert G-Unit beim Dockville Festival. Tamara, unsere Besteste, ist nach Hamburg gefahren und hat euch ein paar exklusive Eindrücke mitgebracht. Am vergangenen Wochenende hatte ich das Vergnügen, das erste Mal in meinem Leben ever auf dem Dockville zu sein. Und natürlich, wie es sich für die G-Unit gehört, hat Tamara Lein natürlich auch ein paar Menschen getroffen und deren Erzählungen möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen hört ihr jetzt in diesem Dockville-Festival-Spezial der G-Unit Audio 88 und Jessen sowie Madness und Döll und auch Mucke von den Jungs und was die zu erzählen hatten, vor allem auch über Tour-Life, über Festival-Anekdoten, über das Savage-Splash-Konzert 2000 und über Bauer sucht Frau, das Kartenspiel. Das alles erfahrt ihr, wenn ihr jetzt dranbleibt. Viel Spaß, ihr Lieben! Ich habe gesehen, es gibt auf dem Gelände einen Chanel-Stadt. Und ich dachte erst, das sei ein Witz, weil ich wirklich nicht gecheckt habe, dass eine Marke wie Chanel auf einem Hamburger Festival irgendwie zwischen Matsch und Co. den Stand machen würde. Wie findet ihr sowas? Würdet ihr reinschauen, euch für Lipgloss-Proben mal anstellen und gucken, was passiert? Wenn die Leute dann besser riechen, ist das vielleicht für alle gut. Vielleicht verteilen diese kostenlose Proben und muss keiner in diese Ekelhaften duschen und so. Leider nein. Oder man kann vielleicht auch so Weihnachtsgeschenke gleich mal abstauben. Deshalb würde ich mal gucken. So eine Flasche Chanel-Könner, das schenke ich meiner Tante oder so. Ballert bestimmt auch. Ich weiß nicht, wie das riecht, aber... Ja. Röhrchen rein. Das ist top. Ja, wenn du sonst auf dem Festival immer dieses ganze verwässerte Bier hast, dann lieber ein Fläschchen Chanel-Reihe in den Kopf stellen. Oder so betrunkene Impuls-Koll für schnell mal 80 Euro bei. Also Chanel-Könner ist top auf jeden Fall. Das ist geil, oder? Okay, alles klar. Ich habe es einfach gestern nicht verstanden, aber wenn man es so sieht, dann ist es wieder ziemlich schlau von denen. Schuhwerkmäßig seid ihr da ausgestattet oder ist das für euch kein Thema, weil ihr ja eh nur quasi übersammelaufend zur Bühne getragen werdet? Ich werde getragen, ja. Ja? Ja, von uns beiden. Deswegen haben wir immer so über die Jahre, wir hatten letztes Jahr, war ja so, hat es ja ziemlich viele Festivals erwischt mit so richtig brutalen Umwettern, wo so Rekordniederschläge waren und so und da haben wir auch in No Stress gespielt, was an so einem Berghang gelegen war auf so einer Lichtung und dieser Berghang hat sich halt in so einen Erdrutsch verwandelt wohl irgendwie am Abend, bevor wir gespielt haben. Und da waren aber auch Sachen aufgebaut, die diesen... Ja, so halbwegs irgendwie, aber das bedeutete, dass sozusagen der Weg zum Backstage, zur Bühne, alles, das bestand halt alles aus so Schlamm, in dem du, wenn du stehen geblieben bist, einfach so 15 Zentimeter eingesunken bist. Und da sind wir dann alle mit unseren ordentlichen Schuhen, glaube ich, auch gewesen und haben unsere Müllsäcke drum gegaffert und so. Das war uns allen eine Lehre, deswegen haben wir jetzt so immer jeder ein paar Schuhe mit, was man danach notfalls halt auch nicht mehr anziehen muss. Ich habe aber letztens mit unserem Bandfreund Josef, der so ein Sneaker-Typ ist, haben wir was im Internet gefunden und zwar so stylische, durchsichtige Plastidinger, die du dir über deine geilen Sneaker ziehen kannst mit so einem Reißverschluss. Und dann hast du halt quasi so eine Art Gummistiefel, aber halt nur mit so einem Überziehding. Du hast so dicke Plastik, oder? Genau. Warum entdeckt ihr das jetzt? Du hast am Anfang der Festivals gesorgen, die kostet noch so irgendwie gemacht. Du kostest mehr als eine Mülltüte? Schätzungsweise schon. Warum sollst du es mir dann kaufen? Es geht um den Flavor. Ja, eben. Mit Mülltüten rumrennen finde ich echt anstrengend, weil die immer, wenn du im Matsch bist, bleibt die immer weiter unten als dein Fuß, wenn du den schon anhebst. Du musst halt beim Gaffern vorher richtig spannen. Ja. Aber auch nicht so doll spannend, dass es reißt und am Ende dein Nike Air Force One Superstar Ostar Adidas Top Schuh dann halt wieder direkt. Du kriegst ja nicht die Werbung bezahlt, du drobst ja. Ein Markennamen nach dem anderen von Chanel über American Spirit, Adidas, Nike, alles Top-Produkte. Ich wünschte. Es klingt irgendwie so, als hätten die bei dem Festival gesagt, ja okay Marken, aber ihr müsst euch was überlegen, was zu unserem Festival passt. Außer Chanel. Die machen ihr Ding einfach. Hat sich das mit den drei Securities überlegt. Das ist eine Performance eigentlich. Weil eigentlich muss man sagen, also ich finde es interessant, weil das so, was du gerade schon alles erzählt hast, so ein bisschen gegensprüchlich zu dem ist, was ich vom Dogville eigentlich kenne oder auch vom, von dem Ganzen, vom Spektrum, vom Artville, vom Vogelball und so. Weil ich finde eigentlich, dass die das sehr liebevoll und cool hier machen. Auf jeden Fall. Deshalb, ich freue mich schon auf unseren Rundgang gleich. Wenn ihr mitbekommen, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber passt zu Festivals, dass es in Schweden dieses Festival gab, bei dem es so viele sexuelle Übergriffe gab, dass die dieses Festival nie wieder machen und nächstes Jahr das erste nur für Frauenfestival daraus resultieren soll. Kann sich Scheiß-Oktoberfest mal ein Beispiel dran nehmen. Ja. Oder? Ja, voll. Dass das passiert ist, der Vorfall ist echt übel. Wobei man sagen muss, dass wahrscheinlich nicht, also ich tippe mal, dass es nicht außergewöhnlich mehr sexuelle Übergriffe gab. Nur, dass die Bereitschaft, das halt auch zu äußern, anzuzeigen oder was auch immer, dass die höher war. Und deswegen finde ich, das ist auf jeden Fall schon mal gut, dass es so dieses Bewusstsein gibt, dass man das machen kann. Und das Resultat davon finde ich auch ehrlich gesagt sehr gut. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich so von der ganzen Stimmung und von dem Spaß, den man da haben kann, ist wahrscheinlich das beste Festival der Welt. Aber ich würde das spielen. Ja, ich finde das auch super. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass, also weil der Veranstalter wohl auch meinte, dass alle Securities, alle Leute, die dort an den Ständen arbeiten und so, es wird durchweg männerfrei sein. Und ich glaube, das wird halt das entspannendste. Auch die Bands? Nee, ich frage, also, aber das ist eine gute Frage. Das stimmt. Das ist eine gute Frage, aber das glaube ich nicht. Nee. Also würde ich jetzt mal annehmen, weil das fängt ja den Spaß dann vielleicht auch wieder ein. Die Auswahl wird halt kleiner, aber ich glaube, dass das von der Stimmung und allem, das ist echt cool. Ich finde das, ich wäre lieber auf so einem Festival, jetzt gar nicht, wo toll sind so viele Frauen, sondern einfach halt keine besoffenen Vollidioten mit dem Himmel. Ja. Das ist krass. Also mir ist das nie so doll aufgefallen, weil ich glaube ich auch immer mit genug Jungs irgendwie unterwegs war auf Festivals, dass ich nicht in solche Situationen kam, aber ich war jetzt auch gestern mal zwei, drei Stunden mit einer Freundin alleine unterwegs und halt mal nicht mit so einem Pulk aus Leuten, die eh schon aussehen wie halt die Fresse, laber mich nicht voll. Und das ist schon nicht so cool. Also gerade wenn die Leute anfangen, sich richtig umzuballern und drei Uhr nachts ist und du noch irgendwo auf einem Siebelst vor deine spastischen Bewegungen machst, dann merkst du wirklich, wie um dich rum sich das langsam so unangenehm entwickelt. Und deswegen, ich glaube auch, dass das eine gute Idee ist. Festival, Freizeitvertreib, ich habe auf Instagram dieser schönen Schaufensterplattform, wo man immer so in das Leben der Mensch gucken kann und so tun kann, als ob man auch dazugehört, gesehen. Ihr habt euch Bauersuchtfrau und das Kartenspiel rausgelassen. Kurze Einordnung, was soll das und kann man das empfehlen oder ist das eher? Das ist halt auch Tradition. Ich habe das von meiner Schwester zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich hatte es, glaube ich, schon bei zwei Touren jedes Mal dabei. Wir haben es kein einziges Mal gespielt und jetzt tatsächlich letztes Wochenende beim Festival das erste Mal, als wir im Hotel saßen. Da ist gut, man lernt sich sehr gut kennen. Man lernt, was so Spiel- und RTL-Menschen, also man lernt noch besser kennen. So, wie die so über Frauen denken und was so eine Frau ausmacht. Zum Beispiel? Das war eigentlich alles völlig daneben. Das Spielprinzip ist immer so, dass du so einschätzen musst, wie deine Freunde... Eigentlich dein Partner, also eigentlich soll man das selbst Partner spielen. Aber im anderen Fall war es so, wir mussten einschätzen, wie unsere Freunde über Frauen denken oder aus der Sicht einer Frau über Männer denken. Und wenn du sozusagen die Antwortmöglichkeiten, wenn es aus der Sicht von einem Mann über Frauen war, war immer so Kochen, Haushalt, Kinder mäßig. Und geil aussehen. Und geil aussehen. Die Kommi muss schon stimmen. Und aus der Sicht von einer Frau waren Männer halt immer so Herzensbrecher oder... Starke Schulter zum Anlehnen. Genau. Oder der hat ein geiles Auto und so. Ja, ja. Das war schon... Sport ist attraktiver. Sportwagen, Garten. Ja. Ist eigentlich schon ziemlich ekelhaft. Also so... Ja, ja, klar. Ja, krass. Das ist eigentlich Frau, also Frau. Ja, die Sendung ist schon auch eher verachtenswert, ja. Aber es war schön, wie die Anleitung geschrieben war. Es war so in Beamten-Deutsch, aber dann Idioten-Sicher. Also es war so gefühlt drei, vier, die nach vier Seiten, in sehr kleiner Stift, auf einem kleineren Format, aber halt fünfmal erklärt, dass man, wenn man die Karte hinlegt, die so hinlegen muss, dass die anderen nicht sehen können, was da drauf ist. Also... Also... Damit die Spannung auch möglichst weit hoch kann. Mit der blauen Seite nach oben. Ja. Also, ey. Damit die anderen die Frage nicht sehen können. Ich würde gerne von denjenigen, der das verfasst hat, eine Anleitung für Memorie lesen. Das ist einfach zu aller Spiele. Aber das wundert mich gar nicht, weil es gibt ja auch die Domäne, also es gibt ja RTL Now mit N-O-W geschrieben und es gibt aber auch Safety First noch N-A-U als Schreibweise. Ja, strafft? Nao. Ja. T-E oder wirklich? Das ist geil. Wow. Das ist geil. Weil, falls jemand... Das ist aber schlau gedacht. Aber die sind schlau. Also die Leute, die da arbeiten, die denken 30 Schritte weiter und wissen, das könnte passieren. Das sind wahrscheinlich alle Soziologie- und Psychologie-Studenten. Die wahrscheinlich wirklich viel Geld dafür kriegen, um rauszufinden, wie denkt unser Leser, Zuschauer, User... Shit. Ja. Aber so und so sind so Spiele halt top für Festivals und auf Tour sein sowieso. Rapper-Raten ist auch supergeil. Oder wie beschreibt man das, dass wir letztes gespielt haben? Wirklich ständig Gesellschaftsspiele, wenn wir unterwegs sind, also... Im Outdoor. Ja. Wer bin ich? Wer bin ich ist auch top. Wer bin ich? Wer war als letztes wer? Wisst ihr das noch? Was für Fähigkeiten braucht man, um da richtig gut drin zu sein? Ich hab das schon seit der Kindheit nicht mehr gespielt. Kognitive. Man muss als Kind extern sein. Weil eigentlich jede zweite Figur ist so... Okay, ich bin Alf. Ja, oder ich bin der eine von Beverly Hills, 90210 und solche Sachen. Also das ist Josef. Josef pickt so diese richtigen Nischen-Dinger. 90s-TV-Classics. Aber so als Kind Fernseh geguckt haben, ist eine gute Voraussetzung für das Spiel. Und wahrscheinlich nicht unter 17 sein. Vielleicht dann auch. Ja, also man sollte im gleichen Alter sein wie der Gegenspieler, sonst wird es irgendwie... Ungerecht, ja. ...so YouTuber kennen von sich aus. Ja. Die Popstars von heute. Habt ihr andere Gesellschaftsspiele, die ihr auch noch zockt auf Tour? Was war das mit dem Rapper-Raten? Ich weiß nicht, wie die heißen... Gibt es für das Spiel einen Namen? Rap-Quartett? Nee, man muss immer... Man sagt einen Rapper oder eine Rap-Crew. Und mit dem letzten Buchstaben, also jetzt zum Beispiel 50 Cent, das ist der letzte Buchstabe T, und dann muss der nächste ein Rapper sagen, der mit T anfängt. Aber es muss niemand sein, der auch in derselben Crew war, sondern... Nee, nee. Weil sonst wird es, glaube ich, überzähl und detailreich. Aber das war halt... Wir waren, glaube ich, zu neuntem Auto oder zu acht. Und haben bestimmt drei Stunden gespielt, bis alle. Und dann fliegt man halt raus, wenn man es nicht... Wenn man nicht weiter weiß, so. Das war auf jeden Fall richtig langer Zeitvertrag. Super. Weil Autofahrten sind ein bisschen das anstrengendste im Festivalsommer. Ihr wart jetzt eigentlich seit dem Release von Halleluja nur unterwegs, ne? Ja, gefühlt, ja. Es ist krass. Nein, nicht nur gefühlt, sondern wir. Ja. Also, ich hab euch gefühlt... Also, auch real, sehr oft irgendwo mitbekommen auf irgendwelchen Events, Festivals. Hast du dir den gestern angeguckt? Ja. Also, was war gut? Also, wirklich krass, obwohl es so klar irgendwie orchestriert ist als, das ist ein DJ und dann ballert der richtig, ist flugend für mich gewesen. Ich finde einfach, dass die Beats unheimlich gut sind und die halt live auch perfekt passen für so eine Kulisse mit Riesenboxen und alle Leute rasten beim Drop aus. Irgendwie war das... Aber der legt nur auf. Der legt nur auf, ja. Ich weiß noch nicht, ob er David Guetta mäßig auflegt. Eigentlich hat er aber auch, der hat so ein paar Geräte auch rumstehen. Eigentlich. Okay. Aber... Ich war sehr, sehr weit weg. Auf dem... Also, der hat halt inzwischen ja richtig krass viele Visuals und so. Schön mit beeindruckt. Die Visuals waren auch krass, ja. Stimmt. Ja. Das war geil. Big Player. Dann habe ich Acid Arab irgendwie so ein DJ-Duo entdeckt gestern. Die haben richtig geile alte arabische Musik gemischt auf Techno. Und das war so, kann man sich echt auf jeder arabischen Hochzeit sehr gut als zwischen zwei und vier Uhr noch der Acid Arab Floor irgendwie gut vorstellen. Und DJ Swagger haben wir noch gefunden, weil wir einfach den Namen so geil finden, dass wir rausfinden wollten. Wie sieht DJ Swagger aus? Irgendein Line-Up, wo wir spielen diesen Sommer nämlich gesehen. Ich glaube, der spielt morgen. Das wäre so geil. Jetzt ernsthaft. Es gibt doch einen DJ Paypal. Ja, stimmt. Es ist halt so, ja okay, wenn du erfolgreich wirst, musst du den neuen Namen benutzen. Das ist halt so ziemlich erfolgreich. Fühlt ihr so Trap-Sachen noch gut ab? Oder ist es langsam auch so ein bisschen der Punkt, wo man denkt, boah, noch ein Song, der die gleichen... Am Spektrum war das so gefühlt acht Stunden am Stück der gleiche Song. Das war so ein bisschen, wenn es so in Maßen auf und zu mal aufkommt oder so gemischt wird mit anderen Sachen, dann finde ich das irgendwie auch immer noch so cool. Aber wenn es halt so... Ich finde es cool, wenn es gut gemacht ist. Genau. Das ist halt auch ziemlich selten. Gut gemacht muss es auch sein, genau. Und dann halt in wohlgemeinten Dosen, dann finde ich das auch cool, weil es dann auch so was Frisches hat, wenn es dann halt irgendwann... Also wenn du es so ins Gesicht gedrückt bekommst, hey, das ist alles nach Schema F... Ich bin irgendein Name! Ich bin irgendein Name! Wiederhol ihn ganz oft! Wenn es clever gemacht wird und so, dann ist es was anderes aber so... Es hält aber auch wie bei BoomBab aus. Ich könnte mich jetzt... Das ist dann subjektiv, aber ich könnte mich jetzt beim Splash-Off irgendwie neben der BoomBab-Bühne den ganzen Tag hängen, würde das für mich auch nicht klar gehen. Dann merkt man nämlich, ach, das ist ja doch ganz langweilig. Aber das ist halt glaube ich bei jeder Ausprägung von jedem Genre irgendwann so. Wenn du halt merkst, dass es die Kopie von der Kopie ist, die dann irgendwie nochmal wiederholt wird... Aber es gibt genug Leute, die genau das halt pausenlos wollen. So, verstehe ich nicht, aber... Angeblich auch die Hörer unseres Radiosenders an der Stelle vielleicht auch mal ein Disky gegen uns selbst. Weil wir tatsächlich echt viele dieser Songs, die alle sehr ähnlich klingen, hintereinander laufen lassen. Und ich dann beim Moderieren auch immer denke, ich habe doch den gerade schon mal gehört. Ja, so funktioniert halt Popmusik. Ja. Habt ihr noch irgendein Highlight dieser Saison, dieser 12 Millionen Termine, die vor euch liegen, auf die es ihr euch besonders freut, irgendein Festival, das euch noch am Herzen liegt? Ja, nicht mehr so viele. Das ist bestimmt einfach cool wird im Haus der Offiziere in Brandenburg. Was ist da für ein Event oder was ist das? Das ist von Opur Street Warfest. Genau. Und da spielen auch Mackenziell und wir und Waving the Guns. Das wird glaube ich irgendwie so ganz cool, weil die Location ist so ein bisschen ungewöhnlich. In Brandenburg haben wir glaube ich noch nie gespielt, zumindest nicht so richtig irgendwie. Bewusst auch nicht? Also in der Stadt Brandenburg sowieso nicht, aber auch im Bundesland glaube ich nicht. Ja doch, wir haben mal in der Nähe von Frankfurt Ruder gespielt. Aber tendenziell geht in Brandenburg natürlich relativ wenig. Und gerade das Konzert, von dem Jessen gerade sprach, ist halt auch ein Statement, ein politisches oder musikalisches Statement. Und das ist halt super cool, dass das in der Region, in der Stadt, in dem Dorf veranstaltet wird. Und das soll so ein bisschen gegen rechts sich positionieren in der Gegend? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass es vor allem darum geht zu zeigen, dass es eine Gegend, in der sonst halt nie sowas veranstaltet wird für Jugendliche oder junge Erwachsene. Das ist eher ein Für als ein Gegen. Das finde ich eigentlich bemerkenswert. Gegen rechts passiert ja sehr viel. Das finde ich mutig von denen, dass die das veranstalten und es wird hoffentlich gut besucht. Wisst ihr wann das ist? Können wir jetzt noch die letzte Produktplatzierung dieser Dauerwertesendung anbringen? Anbringen? Nice. Das findet statt am 1. September in Brandenburg an der Havel das Popor Street War Fest mit Madness und Döll, Waving the Guns und Audio 88. Und Jessen, das wird ein großartiger Abriss. Ja. Das ist wunderbar. Auch zum fairen Preis, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Ja. Sehr gut. Dann haben wir jetzt noch was Sinnvolles platziert neben sehr vieler großkapitalistischer Marken. Top. Perfekt. Vielen Dank. Geht auf krasserstoff.com und normale Musik an. Macht das bitte unbedingt und hört euch BoomFM an. Weil eh gut. BoomFM präsentiert GUE UNIT beim Dockville Festival. Tamara, unsere Besteste, ist nach Hamburg gefahren und hat euch ein paar exklusive Eindrücke mitgebracht. Genau. Mit schönen GÜ. Genau. Ihr wart ja eh schon mal vor kurzem bei uns, glaube ich. Zum Track by Track aufnehmen, ne? Ja. Genau. Also ich bin mit Madness und Döll hier. Für alle, die jetzt gerade sich fragen, wer sind die beiden Stimmen. Wir sitzen im Backstage vom Dockville Festival. Sind alle gerade angekommen und noch ein bisschen, also ich zumindest ein bisschen verplant, was hier eigentlich gerade abgeht, weil es auch einfach riesig ist hier. Wie geht es euch gerade so vor allem nach dem Release von Ich und mein Bruder und den ganzen Dingen, die da mit einhergegangen sind in den letzten Monaten? Ist gerade noch so Pegel relativ hoch oder stellt sich so ein bisschen gelassene Stimmung auch jetzt wieder ein? Also uns geht es gut erstmal? Ja. Schön. Das freut. Das können wir schon mal sagen. Ja. Also wir sind ja immer noch mit der Platte auf Tour, so wie heute halt auch. Und das fühlt sich gut an. Ja. Würde ich auch sagen. Top. Also wir haben jetzt, äh, Platte ist ja im März, im März rausgekommen. Und ja, wie er sagte, wir sind jetzt gerade noch unterwegs, spielen Festivals mit der Platte. Im Herbst gehen wir nochmal auf Tour und fühlt sich super an. Wie ist es für euch vor allem jetzt bei Festivals? Also jetzt war gerade 20-jähriges Flash-Jubiläum, da kennt man dann tausend Leute. Wie ist es jetzt gerade auf solchen Festivals? Ist das dann ein bisschen mehr so, okay, ist es ein Termin oder habt ihr auch geguckt, was für Acts ihr euch vielleicht auch selber noch angucken wollt? Oder ist das einfach schwer machbar bei dem engen Zeitplan? Also, bei dem Wochenende ist es tatsächlich so, dass wir aufgrund von dem Zeitplan halt nicht die Möglichkeit haben, uns irgendwas anzugucken. Wir spielen heute in Hamburg, fahren direkt weiter zum Camp nach Tschechien und fahren dann von ganz rechts am Sonntag wieder nach ganz links nach Dortmund, um dort zum Autofane zu fahren, dort zu spielen. Deswegen, also wir werden heute nicht mal die Möglichkeit haben, uns da was anzugucken, aber am Sonntag auf jeden Fall. Beim Autofame? Ja. Das ist in Dortmund, oder? Genau. Und was wollt ihr euch da angucken? Habt ihr geguckt, wer da so spielt an dem Sonntag? Wir haben schon geschaut. Es gibt so eine bunte Mischung aus alten Veteranen und neuen Künstlern. Genau, und neuen Acts. Also genau haben wir da jetzt noch keinen Plan gemacht, aber normalerweise, wenn wir da sind, da auf dem Festival und das bietet sich irgendwas an, dann natürlich gerne und so. Wie habt ihr das Splash, das Jubiläum Splash erlebt? Habt ihr da Zeit gehabt irgendwie da ein bisschen? Auch eher weniger? Leider auch. Wir haben eigentlich bisher keine Festivalshow gesehen. Immer so Bruchstücke. Immer mal so fünf Minuten der, fünf Minuten der, vor dem Auftritt oder nach dem Auftritt. Aber das ist halt einfach nur unseren Zeitplan geschuldet. Aber am Sonntag, glaube ich, werden wir das mal machen. Ja, auf jeden Fall. Könnt ihr das Campen nachvollziehen als Lifestyle, dass Leute vier, fünf Tage einfach hier wie leben und zwischen Schlamm, Zeltplatz und Bühne rumtingeln? Oder wäre das eher was, wo ihr sagt, auf gezielte Konzerte würde ich gehen, aber jetzt mir den Lifestyle da nochmal geben, nicht unbedingt? Also ich bin da raus. Einfach dem ganzen Ding entwachsen. Ich finde, ja, also wir haben das beide mitgemacht, diese Zeltnummer auf Festivals. Und das ist auch cool, aber ich glaube, das ist nur für einen gewissen Abschnitt im Leben cool. Und der ist jetzt bei mir zumindest abgeschlossen. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Also wir sind, ey, viele Grüße an alle, die das durchziehen. Wir sind eben an dem Zeltplatz vorbeigefahren in Hamburg, als es noch geregnet hat und so weiter. Wie gesagt, Respekt vor allen, die das durchziehen. Aber mittlerweile, boah, ist ja auch eher raus. Ich war so glücklich. Ich bin heute bei einer Freundin angekommen, die ist in Mallorca, fünf Tage, und hat mir den Schlüssel für ihre Wohnung mit dem Spätiemann überlassen. Und ich war noch nie in ihrer neuen Wohnung und war auch so, Alter, wie geil ist das denn, dass alles so hergerichtet ist. Es gibt einfach ein fließendes Wasser im Bad und du fährst halt mit der Bahn schnell rein und fährst hier nach Hause. Das ist krass. Vor zwei, drei Jahren war ich auch noch bei jedem Festival irgendwie immer auf dem Zeltplatz. Aber ich merke auch, dass ich da gar keinen Nerv mehr habe, auch wenn das natürlich ein cooler Lifestyle ist und es Spaß macht. Das ist schon cool, aber wenn du was zu tun hast, das ist halt einfach hinderlich, weil dann regnet es. Es gibt halt einfach Probleme und es ist komfortabler und für das, was wir gerade machen, glaube ich, macht es mehr Sinn. Ansonsten, wenn wir jetzt irgendwie Karten hätten für das Festival und wir wollten uns irgendwie zehn Bands anschauen am Wochenende, dann würde ich es mir auch nochmal überlegen, weil, wie gesagt, wenn du nichts zu tun hast, ist ja cool. Ja, du kannst es halt auch genießen, weil du keinen Stress hast. Du kannst auch einfach rumdödeln, an irgendeinem Platz bleiben und dir noch fünf Bier reinkegeln. Vielleicht. Klar. Ja, klar. Das ist mein Plan auf jeden Fall. Habt ihr Erinnerungen an Festivals aus eurer Jugendzeit zum Beispiel oder irgendwelche kleineren Camp-Geschichten, wo ihr wisst, das war irgendwie ein Highlight oder das war cool, auch einfach musikalisch geprägt, also irgendwelche Auftritte, wo ihr sagt, das war mega, das zu sehen? Also, da gibt es schon viele Erinnerungen. Die meisten waren beim Splash, weil das immer so ein fixes Date war im Jahr. Ja, wie ein Jahrestreffen, verstanden. Genau. Und dadurch, dass das auch schon ein bisschen länger her ist, gab es dann irgendwie Gigs von Künstlern, die damals noch nicht so groß waren und bei denen man aber gemerkt hat, ey, die sind mega krass und man hat die zum ersten Mal live gesehen oder überhaupt mal die Person gesehen, weil man die nicht zuordnen konnte, sondern nur die Stimme kannte oder sowas. Und da waren schon ein paar Gigs dabei auf jeden Fall. Aber, willst du jetzt welche hören? Wenn du dich erinnern kannst. Wenn ich mich erinnern kann, ne? Okay, ja. Also, falls, genau. Falls ist alles in der Nebelwolke aus... Also, einen Kick kann ich glaube ich sagen, das war Savas auf dem Splash, ich weiß nicht wann das war, 2000 oder 2001 oder so. Der hat relativ früh gespielt, nachmittags oder so. Und das war überkrass, weil das so ein Erlebnis war, wo du auch an den Leuten beobachten konntest, dass das für die jetzt gerade das erste Mal ist, dass die sowas, entweder sowas hören oder ihn hören. Das war, glaube ich, sein erster Auftritt auch beim Splash überhaupt. Und das war, weil es einfach so eine Gegenbewegung zu dem war, was momentan zu der Zeit an Rap gelaufen ist, der mehr so schön war und ne? Schöne, schöne Reine, keine... Unter-Fier-Style. Ja, es war halt alles, es war halt alles sehr mittelschichtig und so. Und dann kam der rein und hat echt alles kaputt gemacht und das war sehr gut. 2000, da warst du zwölf, oder? Ungefähr? Sowas, ja. Ja, das hast du quasi dann auch wahrscheinlich verpasst. Ja, total. Aber ich habe eine ähnliche Erinnerung. Und zwar war das mit Camp aus Wien, also... Ich weiß nicht, welchem Jahr das war. Auch schon ein bisschen länger. 2010 vielleicht mit dem VZ-Album damals. Es hat damals, ich glaube, am Sonntag relativ früh einen Slot gehabt. Es war ultra beschissenes Wetter. Also die Umstände hätten eigentlich nicht viel schlechter sein können. Und es waren auch wirklich nur, sagen wir mal, 30 bis 50 Leute da. Aber ich hatte damals einfach so das Gefühl, okay... Jeder, der hier ist, will unbedingt hier sein und sich das anhören, weil er sich irgendwie... Ich glaube, zumindest habe ich das vielleicht so ein bisschen Naivität so gefühlt, weil er sich halt dermaßen angesprochen gefühlt hat von dem, was er gemacht hat. Und für mich war das damals ein unfassbar packendes Erlebnis. Ja, und daraufhin hat Camp nie wieder eine Platte rausgebracht. Und ich meine, man hat das Fleisch gespielt, was relativ traurig ist, aber das ist ihm für Schulde, seine eigene Schuld. Aber es ist cool, dass du so eine Erinnerung auf jeden Fall noch daran hast. Weil ich glaube, das sind so Auftritte, die man nie vergisst, weil sie halt irgendwie... Wie du sagst, da sind halt alle Leute wahrscheinlich gekommen, weil sie die Kultur und weil sie das Ding halt so feiern. Verfolgt ihr, was so aktuell irgendwie gerade Menschen unter 20 hören? Also so... Also kriegt ihr das mit? Was da so für Hypes existieren und könnt ihr die bewerten? Geil erstmal, dass wir in der Ü30-Ecke sind. Nein, nein, nein. Ja, ist cool. Aber ich meine, also ich bin auch in der Altersklasse und sehe halt 17-Jährige, die halt ganz andere Muchen hören als ich, so. Ja, ähm... Du bist näher dran. Ja, also... Aber ich verfolge, was Leute, uh, uh, 20 hören. Also ich glaube auch, dass ich teilweise Musik höre, so die auch unter 20-Jährige hören. Ähm... Verfolgen auf jeden Fall, also... Und hörst du denn selber auch davon Sachen? Also kannst du sagen, was dir gefällt? Pff... Wem, also... Wem meinst du das jetzt? Ähm... Ich denke vor allem, also heute Abend spielt der auch so an diese ganze Young-Huren-Click. Ja. So, kriegst du das? Kann ich auf jeden Fall das mit anfangen. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Ich fand bei denen immer krass, dass die halt auch so quasi aus dem Nichts mit dem Internet einfach riesig geworden sind. Das ist, finde ich, das Krasse, das hast du halt heute, das war, als du angefangen hast zu freestylen und zu rappen wahrscheinlich noch überhaupt gar keine... Es war eine Utopie wahrscheinlich, dass du halt auf Soundcloud zwei, drei Tracks hochlädst und auf einmal hunderttausend Leute dir folgen. Das finde ich irgendwie, also auch ein spannendes Phänomen. Also habt ihr manchmal das Gefühl, das wäre was gewesen? Das ist natürlich eine hypothetische Frage, aber wäre das was, was euch damals auch irgendwie geholfen hätte? Hättet ihr das gerne schon gehabt, diese Möglichkeiten der Verbreitung? Oder hat das auch quasi einen Vorteil gehabt, dass man eben überhin gefahren ist, nicht unbedingt nur im Internet stattfand? Ich glaube, es spielt keine Rolle, weil die Voraussetzungen ja für alle gleich waren. Damals als auch heute. So, wenn du damals gut warst, hast du dich durchgesetzt. Wenn du heute gut bist, setzt du dich auch durch das Internet und damals halt durch Tapes oder durch Auftritte oder dass die Leute sich darüber unterhalten oder so. Ich glaube, das lag dann nur an dem Engagement vom Einzelnen oder von der Gruppe, sich dann irgendwie in die Öffentlichkeit zu suchen, wo es kein Internet gab. Da waren vielleicht manche Leute mehr dahinter oder sowas, aber im Prinzip, wenn du was kannst, dann wird das schon irgendwann bei Leuten landen, glaube ich. Betreibt ihr euren sozialen Medienbums selber? Also das, was quasi auf Facebook und so weiter kommt? Natürlich auch 100 Prozent. Ja, den Bums ziehen wir rein. Verfolgt ihr, was andere so machen manchmal? Oder gibt es zum Beispiel, guckt ihr euch mal zum Spaß irgendwas an, weil das unterhaltsam ist? Neben unseren eigenen Instas. Ja, also ich gucke mir immer die 187 Straßenbande an, weil ich da jedes Mal extrem lachen muss, weil Jesus einfach immer irgendeinen Bums macht. Also wirklich so zu seiner alten Grundschule mit seinem SL 500 fährt, wenn es da runterkurbelt und rausbrüllt ihr Fotzen und dann wieder weiterfährt und übelst aufs Gas drückt. Und das ist eigentlich, das ist schon auch assi, aber es ist immer irgendwie recht unterhaltsam. Deswegen, damit verbringe ich dann manchmal tatsächlich Sonntagnachmittag auf Instagram. Ja ey, mach ich auch. Aber jetzt vielleicht keinen Nachmittag, aber natürlich verfolgen wir das und ich finde das auch geil. Also es gibt ja so viele Künstler, die man jetzt als Beispiel nennen kann oder könnte, die das in einer kreativen Art und Weise benutzen, bei der es eben auch Spaß macht, das Ganze zu verfolgen und so. Oder auch dran zu bleiben. Deswegen, ja, es ist zum einen natürlich, was du gesagt hast, zum einen ist es natürlich irgendwo schon ein Automatismus, wo man denkt, okay, jetzt ist gerade was passiert, das müsste ich ja ein bisschen posten und so weiter. Auf der anderen Seite ist es aber einfach auch eine verdammt gute Möglichkeit, Leuten was zu präsentieren oder was zu veröffentlichen, die einfach Interesse daran haben. Ja, auf jeden Fall. Und man gewöhnt sich auch irgendwie schnell dran. Also es ist irgendwie jetzt total okay, ein Smartphone zu haben, das tausend Funktionen hat. Während das mich früher, also ich habe es nicht vermisst, weil ich es nicht kannte. Ja. Und ich habe mein Flip-Phone übel geliebt, bis dann irgendwann alle ein iPhone irgendwie aus der ersten Generation hatten und ich gemerkt habe, okay, du bist halt jetzt irgendwie raus so mit deinem geilen Telefon. Um nochmal ein bisschen auf Musik zurückzukommen, was steht bei euch mit ich und meinem Bruder jetzt dieses Jahr noch alles an und gibt es auch Sachen irgendwie, auf die ihr euch freut nach dem ganzen Tour-Ding, das jetzt gerade noch so am Laufen ist? Also wir spielen jetzt noch 19 Gigs, glaube ich. Minimum. Also mit Tour, selbst Tatsache, das ist ja jetzt kein Geprotzer. Wir spielen 19. 19, okay. Gigs. Falls nochmal jemand die Zahl hören will. Das sind schon weitaus mehr als 10 oder so. Aber auch unter 30. Aber auch unter 30. So wie wir. Ja, also wir haben jetzt noch ein paar Festival-Gigs und dann spielen wir im November unsere Tour, die wir im Frühjahr schon mal gespielt haben. Jetzt nochmal mit mehr Städten und anderen Städten und so. Ja, und danach wird sich wieder auf Musik konzentriert oder jetzt auch gerade schon. Habt ihr neue Ideen schon? Direkt? Wir sind gerade so in der Sammlungsphase. Wir waren vor zwei Wochen in Amsterdam, haben dort Talky Talk besucht. Viel Grüße an der Stelle. Und ja, haben da ein bisschen was gesammelt und sind halt, wir sammeln gerade. Das kann man sagen, ja. Wie passiert bei euch das Musikmachen an sich? Also wer bringt da was ein? Gibt es da sozusagen Rollen manchmal auch, so in der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet? Gibt es einen, der macht das immer besonders gut und der andere das und kann aber irgendwas anderes nicht? Habt ihr sowas? Ich glaube, was jetzt das Album betrifft, klar hat jeder irgendwie auf verschiedenen Tracks halt seinen Sechzehner so, den er für sich bearbeitet oder nochmal drüber gesprochen wird. Ansonsten würde ich sagen, dass eigentlich Matt mittlerweile halt auch ein Mann der Hooks geworden ist. Kann man sagen. 19 Gigs. 19 Gigs. The same. Es kommt wirklich auf das Thema, auf den Beat, auf die Situation alles mögliche an. Irgendwie kann man nicht so pauschal sagen, aber wir schauen schon, dass das irgendwie Sinn ergibt dann am Ende, dass wir jetzt nicht aneinander vorbeischreiben, nur damit wir jetzt einen Track produziert haben oder sowas. Damit wir jetzt auf Masse irgendwie raushauen und verließen, sondern ich glaube, wir sind mittlerweile so an einem Punkt, wo wir uns mehr Gedanken machen über Texte als, also viel mehr Gedanken als vorher, finde ich. Definitiv. Ja. Also so diese Korrekturschleife, die wir auch hatten beim Album, was die Texte anging, war nochmal eine ganz andere als bei den anderen Alben halt einfach. Viel detaillierter, viel, aber hat auch weh getan so. Weil, ne, in dem Moment, wo du denkst, du hast das Ding fertig und dann kommt aber einer an und sagt dir, hm, an der Stelle würde ich nochmal gucken, du willst doch 19 Gigs spielen. So, und dann, weißt du, und dann stehst du da. Ja. Und bist enttäuscht erstmal. Ja. Dann setzt dich nochmal hin. Ach. Ne, aber es ist verständlich auf jeden Fall. Könntet ihr euch vorstellen, dann auch wieder jeder für sich quasi an eigenen Sachen zu arbeiten, nachdem ihr jetzt sehr viel wahrscheinlich zusammengearbeitet habt? Ja. Ja. Aber mehr kann man dazu auch noch nicht sagen. Wie viele Gigs spielen wir noch? Ich glaube, warte mal, lass ich nochmal kurz den Kalender schauen. Es sind 19 Gigs. Ja. Das ist echt jetzt schon. Kommt alle vorbei. Ja, kommt vorbei. Vor allen Dingen auf die Tour. Festivals könnt ihr erstmal vernachlässigen. Tour ist wichtiger. Ist auch bessere Show. Tour beginnt wann genau? Am 11.11. beginnt die Tour, oder? Guck mal, 15.11. steht auf Eventim. 15.11. Die müssen es wissen, oder? Ja. 15.11. Bis 9.12. Zählen wir nochmal durch, wie viele Events. Wir können die Stadt ja auch nochmal durchgehen. Ja. Ja. Am 15.11. sind wir in Köln im Juka. Am 16.11. Hamburg im Terrace Hill. Top. 17.11. Dresden Crew Station. Mega. 18.11. Erlangen E-Werk. 19.11. Wien Flex Café. 21.11. Stuttgart Schräglage. Schwabenland. Achtung. 22.11. Frankfurter Main. Zoom. 22.11. Saarbrücken Kufa. Saarbrücken. 24.11. Erfurt Kalif Storch. Wow. 25.11. Essen Hotel Shanghai. Unglaublich. Ja. 7.12. Münster Skaters Palace. Das ist nicht dein Ernst. Du wirst es nicht glauben. 8.12. Würzburg Behoff. Quatsch. Und jetzt der absolute Hammer. 9.12. Bielefeld Nummer zu Platz. Alles aus. Unglaublich. Ja wirklich. Also wer jetzt nicht überzeugt ist, dem kann man echt nicht mehr helfen. Das war die schönste Touransage aller Zeiten. Ja. Kann man jetzt nicht in Dauerschleife abonnieren. Auch als Handywecker zum Beispiel. Ja. Und weiß dann immer. Auch Spotify gibt es vielleicht. Gibt es demnächst im Podcast. Madness Hotel. Und das sind ja nur die Tourgigs. Ja. Da sind ja noch mehr normalerweise. Da sind ja noch viel mehr. Ja. Da kam er noch nicht auf 19. Nein. Genau. Okay. In diesem Sinne die Dauerwerbesendung zum Thema Madness Hotel. Das Ereignis live ab 15.11. bis 9.12. 2017 wurde hiermit ausreichend beworben. Genau. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr das alles irgendwie überlebt. Und ohne bleibende Schäden von Touren und allem anderen. Kriegen wir hin. Und danke für die Zeit. Ja, danke dir. Sehr gern. Bis Denver. Ja, liebe Freunde, das Dogville Festival war in jedem Fall eine sehr, sehr gute Erfahrung für mich. In der Hinsicht auch, dass ich abseits dessen, dass ich jetzt weiß, wann Madness Döll, Audi 88 und Yes sind dieses Jahr noch auftreten, vor allem weiß, dass man keine weißen Turnschuhe auf einem Festival mit Matschboden tragen sollte, dass Regenjacken tatsächlich das Must Have der Festivalsaison sind, vor allem im norddeutschen Raum. Und ja, dass man vielleicht auch, ja, vielleicht irgendwie so zwischen 14 Uhr und 3 Uhr auch mal ein kleines Essenspäuschen einlegen könnte, um nicht total kaputt und auch ein bisschen betrunken um 4 Uhr nachts am Pizzastand zu stehen und sein letztes Geld dem netten Margarita Becker entgegenzuwerfen. Aber gut, ich sag mal, war nicht das erste Festival, hätte man alles wissen können, weiß ich jetzt. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen und hören uns in Kürze wieder in der G-Unit. Das war das Dogville-Spezial. Mein Name ist Tamara und ihr hört Boom FM. Das war G-Unit vom Dogville-Festival. Präsentiert von Boom FM. Boom. Boom FM. Hip-Hop non-stop.